ja leute und willkommen zu einem weiteren video wir spielen heute mal wieder quicksg auf dem lieben goma hd server und ja wir spielen auf dem neuen map baydream oder so heißt die ähm ich weiß gar nicht ich glaube ich hab noch nie ein video auf der map hier hochgeladen ist auf jeden fall eine relativ coole map ähm so ein bisschen komisch aufgebaut ein bisschen wenig kisten aber ähm ja man kann sie spielen sagen wir es mal so gut hier oben war ich übrigens auch noch nie ich weiß gar nicht ob wir noch kisten sind doch gut das war schon ein bisschen 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 ausgerüstet ansonsten ja wollte ich nur kurz in dem video sagen dass es jetzt kein extra langes video wird oder sehr langes video wird es nicht da ich zu seinem vor produzieren bin und ich lieber die neuen videos lang machen will anstatt ähm ja dieses eine jetzt ähm wir haben nämlich jetzt halt an dem tag an dem ich es aufnehme das ist der gleiche tag an dem das video auch rauskommt Donnerstag und ich habe bis samstag morgens äh Zeit äh die ganzen videos vor produzieren während ich im Urlaub bin das sind äh sehr viele äh über zehn stück glaube ich und mit meiner internetleitung ja wird das auf jeden fall nicht einfach aber ich gebe mein bestes ich habe jetzt schon drei videos fertig ähm hochgeladen ähm das heißt jetzt muss ich noch ein paar machen und ähm ja zehn stück oder so sind das ich bin ja samstag morgens fahr ich äh weg beziehungsweise mittags mal schauen und ja von da an kann ich halt nichts mehr vor produzieren vielleicht werde ich auch ein paar vlogs äh in äh wenn ich da bin mache im Urlaub ich bin in Spanien übrigens und ähm ja vielleicht kommen da ein paar vlogs so ein bisschen wo ich die Natur filme ein bisschen rede wie es mir gefällt wie das Wetter ist wie mein Urlaub generell so ist und ja wenn ich da gutes internet habe ähm beziehungsweise kein schlechtes also ein reichliches so damit ich auch Videos hochladen kann und das nicht drei Jahre dauert der scheint Low zu sein oh man das ist so ein Lappen der alle Pfeile dann wieder aufsammelt woher er sowieso sterben wird ja was ist los mit meinen Bauskills so da ist der Tod da ist der Tod kurz seine Sachen aufsammeln eine Angel hatte er die ist nützlich ja gut da muss ich mich kurz muten ähm so auf jeden Fall war ich stehen geblieben die Angel die konnte ich gebrauchen genau das habe ich gesagt der Eisenschwert ne Alter 1,2,3,4,5,6,7 Leute hier drin was ist da los so alle fighten ich warte ich hab Zeit meine Freunde ich hab Zeit boah boah lol ich konnte nicht hinten Alter ich hab den gehitte ich konnte den nicht hinten Alter wir haben noch einen gekillt zwei stück im deathmatch gekillt jetzt warte ich einfach so lange und rack ein bisschen ich warte und rack ein bisschen lauf weg lauf weg geh weg von mir Hilfe alle hinter mir her ho 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 mal gucken Alter es wird richtig schwer die Runde jetzt noch zu gewinnen Mann wie ich sowas hasse Alter wie ich sowas hasse okay auf jeden Fall spiele ich noch eine letzte Runde und dann mal gucken die war nämlich ein bisschen gut ja kommt ein kurzer Cut dann da sehen wir uns gleich wieder bis gleich so Leute sind wir schon wieder zurück meine lieben Freunde und ja mal gucken was hier raus so wird ich bin nicht wirklich zuversichtlich weil ich jetzt schon so viele Runden versucht habe aufzunehmen und nichts tausse wurde ähm naja immerhin haben wir schon mal ein Schwert jetzt zu Beginn äh äh volle Rüstung äh volle Rüstung ein Kill ja gut so schlecht ist die Runde jetzt nicht aber da oder schießt eine auf mich lol boh gut 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 wir essen jetzt erstmal was Pfeile können wir auch sammeln falls wir später einen Bogen haben werden die uns sicherlich nützlich sein gut gut hier hoch dann hier hoch hoffentlich bekämpfen die sich GG gut Leute ähm ich hoffe trotzdem es hat euch gefallen und ähm ja da würde ich einfach mal sagen sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder haut rein Leute habt noch einen schönen Tag und ja bis dahin tschau tschau